Die Musik ist wirklich nice. Narrow Hall, schmaler Flur. Okay. Wir müssen nach dort oben, um dort nach oben zu kommen. Brauchen wir das, aber da kommen wir nicht hin. Okay, ich sehe, glaube ich, schon die Lösung. Ich packe das jetzt hier hin. Dann nehme ich die Kiste. Gehe hier nach oben. Dann nehme ich vorher ab, noch um. Genau. Dann haben wir doch die Treppe geschaffen. Okay. Nee, das... ...war dann wohl nicht die Lösung. Wie kommen wir jetzt dort nach oben? Okay, warte. Okay, warte. Hat mir jetzt das irgendwas gebraucht? Hä? Ah, non, non, doch nicht. Okay. Habe ich jetzt das... Ich glaube, ich habe es gebrokt. Yes. Okay. Aber was bringt mir das? Eben nichts. Weil wie kann ich das so nach oben mitnehmen? Ah. No. Warte. Muss ich das hier hinlegen? No. Nimm das Teil mit. Okay. Eine Stufe höher. Aber... Wieso kann der Typ eigentlich nicht nach links laufen? Hm. Hm. Okay, wait a second. Nee. Geht ja auch nicht. Okay, da bin ich jetzt irgendwie gerade wirklich überfragt. Man kann hier eine Brücke bauen. Aber dann komme ich gar nicht hoch. Irgendwas übersehe ich doch gerade. Ah, wait. Maybe. Irgendwie so. No. Hä? Nein, das wollte ich nicht. Aber das hatte ich ja vorhin auch schon. Bringt mir ja absolut gar nichts. Vielleicht. Maybe. Maybe. Habe ich's. Maybe. Maybe. Ne. Eben nicht. Oh. Puh. Das hatte ich auch schon mal. Jetzt habe ich das Spielbild gebroket. Oder? Hey, wie soll das funktionieren? Irgendwie fehlt mir doch ein Stein, oder so. So, nee, warte, logisch wär's ja eigentlich. Nee, geht ja eben nicht. Also, doch, geht. Warte. Nee, geht ja nicht. Jetzt ist das Teil im Weg. Puh. Und wenn man's am Anfang anders hält? Okay, so geht's eh nicht. Ich hab keine Ahnung, was ich hier versuche. Nee, bringt was. Nice. Nee, bringt absolut gar nichts. Nee, weil eigentlich... Muss man ja... So, man muss ja mit diesem Holsteil hier eine Brücke machen. Brücke bauen, das ist jetzt klar. Aber das Teil hier muss irgendwie schon oben sein. Ey, ich bin doof. Ich bin doof. Man kann ja die Sachen stapeln. Und dann einfach das Unterste aufnehmen. Ja, gut. Darauf sollte man vielleicht auch erst mal wiederkommen. Aber irgendwie... Ich bin jetzt gerade verhext. Wait. Ich muss beide am Boden haben. Und sonst krieg ich das Teil... Irgendeine vom Bein krieg ich gar nicht mehr runter. Wie viele Schritte ich schon gemacht habe. Jetzt. Gut. Okay, ähm... Eben, das Ding hier muss hier drauf sein. Ich bin da. Ich bin da. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, puh! Nice! Boah, es wäre so fucking einfach. Oh Mann. Na ja, gut. Ich habe es geschafft. Das war mies. Great Ex. Päcktschens. Große Erwartungen. Wenn ich das nun schon wieder sehe. Okay. Wie zum Teufel soll das funktionieren? Okay, doch. Ich sehe es. Nope. Nope. Ich habe es schon gesehen. Nope. Nope. Kannst du bitte einfach die obere Kiste nehmen? Danke. Aber das ist verkehrt. Das ist auch verkehrt. Ich muss die hier drüben nehmen. Ey. Mann. Steuerung ist so verwirrend. Nooo. Nooo. Oh nooo. Wade. Wie komme ich denn hier drauf? Wie komme ich denn hier drauf? schon. Okay. Okay. Hä? Das bringt absolut gar nichts. Also man muss eine Brücke bauen, das ist klar. Aber, wie? Weil ich komme ja hier jetzt gar nicht mehr drauf. Ausser so. Aber das bringt mir absolut gar nichts. Wie soll das gehen? Hä? Okay, das ist jetzt echt fragwürdig. Underweight. Nee. Kurz mal beiseite legen. Ich muss das Ganze hier kurz mal drehen. Funktioniert das? Nicht ganz. Und man muss doch keine Brücke bauen. Du musst kurz mal hier hin. Man muss dieses Teil hier hineinkriegen. Und dafür... So, den ich... Nee. Ähm... Ja, so auch nicht. Puh. Ganz kurz. No. No. Nimm das Scheißteil hier. No. Eigentlich geht's ja, glaube ich, ganz einfach. Man könnte doch... ...oder nicht. So. No. Dann nehme ich jetzt das hier. Okay, warte. No. No. Come on, please. Why? Nein. Dann muss man doch eine Brücke bauen. Hä? Aber wie? Dann, bitte. Wie? Ja. Ja. Dann, bitte. Ja. Dann. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020